Ich bin süchtig nach diesem spiel ja das ist das ist nicht Ich kenne die auch diesen moment wo sie scheiß an die Wand schmieren Nein Hey Finzi Einfach nur mal die scheiß an die Wand schmieren Einfach die scheiß an die Wand Weiß ich nicht was das bedeuten soll Nasenheimer Das ist eigentlich nicht das so Nasenheimer Du Pappenheimer Hallo 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 Schmier die scheiß an die Wand oder? Ach du das auch? Ich schmier immer meine eigene scheiß an die Wand ja Ich schmier so ein Töten Komm Fini darf nicht schon wieder gewinnen Komm Finzi Finzi ey Yo Johnny Crazy Yo Wie die scheiß an die Wand Digga kannst du mal aufhören deine scheiß an die Wand zu schmieren Nimm dir mal ein Beispiel an Nasenheimer Nasenheimer drücken sie bereit Jonas Ich bin weg geslampt Ich bin mit Finzi im Team Oh shit Man stirbt direkt wenn man gedutscht wird Oha sorry ok Easy Easy Cutter Oh Gott Oh nein Das haben wir noch nie gespielt Pfff Das klingt mir nicht noch überquart Wie schnell dreht er sich um Natürlich ist Finzi noch im Game Smash Digga Diese Puppe Du bist echt scheiße Ey Finzi Digga Finzi Ist nicht gewalttätig geworden hier Gallando Ja Wieso heißt du so Nasenheimer lass gegen Gallando verbünden Hoferdruck bereit Ah ups Nasenheimer drücken Oha das ist doch nie ein Stock Was tue ich mit einem Stock Du musst den Menschen dir was nicht wahr sein schlagen Scheiße ich habe einen Arsch im Stock Na Wie kann ein Faul damit sterben? Gallando Moin Gallando Das ist doch nie ein Faul Oh Das ist deine Leiche da auf dem Boden Johnny Ja das ist meine Leiche Oh Bro dieser Finzi kann ja mal aufhören Der Finzi nervt ja richtig Ich verstecke mich jetzt hier hinter dem Ding Damit mich Finzi nicht kriegt Finzi Bro Finzi ich hasse dich Ganz ruhig Finzi Oh Gott Warum zwei Druckwellen Warum zwei Endlich mal nicht Finzi Finzi Oh Nein Nein Alter Johnny bist du noch drinnen? Yo 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 Du kannst gegen Finzi im Finale spielen Ihr zwei gegen Finzi Kommt ihr schafft das Bomb tag Okay Einfach nicht die Bombe haben Okay Ich lass dir einfach gefallen Ich hab die Bombe Ich hab die Bombe Na Kata Kata Ich hab die Bombe Ich hab die Bombe Ich hab die Bombe Okay Kata Ich hilf dir Finzi zu trappen Krass Jonas Richtig stark Richtig stark Richtig stark Jonas Ja Ja gut Kata Ja Na Kata Ah Na Ich bin nicht serv Ich bin doch so jung Na Kata Ah Na Der scheiß Controller Na Na Hä Ist ja hier nur 3 Sekunden gewesen Npiel Na 9 Wo ist Wo ist Guaya header oder Nasenheimer Bro aber Finzi ist noch da oder was Finzi Finzi Kleines Droger der schnitt mich dauerhaft Jetzt wirds persönlich Bin ichisher Bin ich jemanden? Arno wir müssen die Krone stehen Gib mir die Krone! Gib mir die Krone! Ach, ich hab ne Krone? Ja da. Den gibst du mir aber sofort wieder zurück. Junge. Ich bin ja so auf deine Fersen. Was? Als ob. Ich hatte die so lange wirklich schwer. Ihr hattet grad den Kopf. Ja, du musst halt ne gewisse Zeit lang. Ja, 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 ja. Ja, das ist ja auch lange. Die Kaffee, ne? Können wir bitte Finzi kicken? Finzi, Finzi, du wirst jetzt gekickt. Ja, was hältst du davon? Finzi, wir kicken dich jetzt. Was sagen Sie zu dieser Aktion? Finzi, was halten Sie davon? Bitte Stellung, nehmen Sie die Lange dazu. Finzi, Finzi, bitte. Finzi, bleiben Sie stehen. Finzi, bitte. Hören Sie auf. Finzi, wir werden Sie finden, egal wie weit Sie rennen. Finzi, Sie können uns nicht in kommen. Paparazzi sind überall. Was ist sie? Finzi, Finzi? Finzi, bleiben Sie stehen. Statement zu Ihrem Namen. Warum hat sie ihre Mutter Finzi genannt? Finzi, Finzi? Wieso 2N? Finzi schreibt nur mit einem N. Warum Y am Ende? Finzi? Wie kommt es dazu, dass Sie mit 2N geschrieben werden? Finzi? Sind Sie 18? Finzi? Sind Sie 18? Sind Sie 18? Sind Sie 18? Das ist Ihr Verhalten ziemlich infantil. Ihr Verhalten ist nicht Ihrem Alter entsprechend. Finzi? Sie haben geliebt. Finzi, Sie haben geliebt. Sind Sie 18? Finzi, sind Sie 18? Finzi? Sind Sie Ihr Statement dazu? Finzi, könnten Sie mal bitte reden? Das ist ziemlich unsympathisch, wenn Sie nicht reden. Finzi? 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 Ich finde Sie nicht mehr. Finzi? 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 Nein, der... Es war so schön mit ihm. Nein, wir sind nicht. Nein, nicht das. Nicht das. In dem Spiel bin ich so gut. Stupid ass N... In meinem Kalkulationen zur Folge ist das so der richtige. Und der nächste ist der da. Und der nächste ist der da. Na, na. Easy win. Man, scheiß Steuerungen du. Julian, das erste Mal, dass du das Spiel gewinnst. Julian? Julian, was sagen Sie dazu? Julian, dürfen Sie dieses Spiel winnen? Sind Sie schon 18? Julian, wie alt sind Sie? Julian, Lula. Wie kommt es zu Ihrem Namen? Der eigentliche Name ist Julian. 3 Mio. Er kommt ja an, Julian, Philipp. Finden Sie hin. Was sagen Sie zu Ihrem Comeback? Finden Sie fest? Finden Sie an? Finden Sie über Geld, Finden Sie in Berlin, Finden Sie flexible lugares. Finden Sie, warum sind Sie so? Auerk�igeriserbieter worried enamisch. Können Sie überhaupt sprechen? Können Sie in den Chat schreiben? Haben Sie die Fähigkeit? Können Sie überhaupt schreiben? Können Sie lesen? Sind Sie immer noch ein Kind? Sind Sie noch in der Grund... Finsy? Sind Sie inkompetent? Was sagen Sie in Ihrem Statement? Sind Sie geistig behindert, Finsy? Finsy? Ich glaube, die Frage muss er nicht beantworten. Finsy, ich drücke erst auf diesen Knopf, wenn Sie gehen. Finsy, was halten Sie davon, dass wir Sie jetzt einfach wieder bannen? Finsy, was halten Sie von dem weißen Zeug, das ich auf Sie werfe? Finsy? Finden Sie das angenehm? Avoid getting hit by other players balls. Finsy ist so ein Cheater. Finsy ist so ein Cheater. Kannst du Finsy bitte kicken? Finsy, Finsy, mit diesem Geld kann man sich keine Freunde kaufen. Gigi. Ja! Spricht hier irgendjemand Deutsch? Lanzelot. Lanzelot. Sprechen Sie Deutsch? Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Eine Frage, eine Frage. Kurzes Interview. Kurzes Interview. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Bleiben Sie stehen. Sprechen Sie Deutsch? Lanzelot. Lanzelot. Halt mal, Lanzelot. Halt mal, Lanzelot. Marco, 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 Marco. Was? Dorm, Lanzelot. Hä? Oh Gott. Was? Ich glaube, dass Sie jetzt killen. Sie müssen mir drin schlaufen gehen. Ich geh jetzt einfach schlaufen. Ja, mich hat jemand drunter geschlossen. Oha. Gott, oh Gott. Ich bin jetzt so am wegrasieren. Ich bin jetzt so am wegrasieren. Alter, was ist denn? Ansparte Nacht. Ja, so war es im Film ja auch. Die haben sich ja in einer Nacht durchgeduldet. Ich habe die Sirene jetzt schockt. Oh mein Gott, Jonas. Jonas. Oh. Jonas, no. Na, Juhi, nein. Warum? Ich bin mir verteidigt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin nicht süß, dass du das... Okay, okay, okay. Links. Uh. Uh. Oh, okay. Ey, kann jemand hier rüberspringen? Ich habe hier schon meinen Teil gemacht. Das ist eine andere Arbeit. Hier. Arbeit macht drei. Hier, los. Du, du erschützt die alten, Johnny. Ach, schützt die alten. Ey, ey. Oh. Oh, schau. Mann. Fick dich. Ha. Hat es Opfer. Äh. Da ist schon wieder was andere. Du wirst gebannt. Du wirst gebannt. Du wirst gebannt. Ja. Ja. Du wirst gebannt. Ich muss sagen, sie sind sehr unsympathisch. Ja, ja. Sie haben mich da runtergekickt, ohne irgendwelche Vorwarn. Kata, Kata, bitte ja und Finsi bannen. Finsi bannen. Marco. Marco, 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 ich habe Marco getötet. Hoa. Oh, bitte bannen Finsi, bitte bannen Finsi. Ah, das ist funny. Da kriegt man richtig Bunny irgendwann. Der ist Bunny. Da kriegt man irgendwann richtig Facken. Ich. Bunny. Wie sehe ich das Angst? Anschuldigen. Was für Anschuldigen. Au, Bellico. Ah, Finsi. Digga, was macht ihr? Was macht ihr? Was machst du da oben, Jonas? Und wie bist du da hochgekommen? Ich bin zu breinke alle. Ich bin besser als das alle. Betet mich an. Nein, wir müssen das mit Schnäbeln abwerfen. Ich hasse das Spiel. Joa, bei Finsi ist ja die gecrackt, das Aim hat. Ja. Viel zu guten Aim-Bot. Julian, du ganz schön, allein heute. Was sagen sie dazu, dass sie jetzt gekickt werden? Finsi. Joa. Das ist ein Gesicht. Easy. Ah, Jonas, ich war. Bin ich gewonnen. Bin ich gewonnen. Ja, gewonnen. Joa. Oh mein Gott, ich bin viel zu OB. Oh mein Gott. Nimm das, Finsi. Alter, Finsi ist so scheiße. Finsi, was sagen sie zu dieser fatalen Niederlage? Was ich gerade verloren habe und ich gewonnen habe? Wie werden sie ihre Niederlage feiern? Finsi, was haben sie jetzt vor für die Zukunft? Wie haben sie vor, das ihren Fans zu erklären? Finsi, welche Fans überhaupt? Finsi, ich hab gewonnen. Ja, dann nee. Punkt. Echse. Und Pelo. Kata, kannst du Finsi bitte rauskicken und die anderen zwei drin lassen? Pelo? Finsi ist so gewonnen. Pelo? Finsi halt dein Maul, ja? Pelo? Deine Meinung ist nicht relevant. Pelo? Ja, verpiss dich. Pelo? Ja, ist besser so. Ja, mach die Tür auf. Geh jetzt raus, ja? Geh, geh. Alter, er versteht mich, er versteht mich. Finsi, f*** dich. Ja, ja, das ist ein Zauberspruch. Das funktioniert. Aua. Finsi, wann Finsi, wann Finsi weg? Fim, hier, ich Finsi wieder raus. Finsi, hallo, nicht dein Geschäft. Finsi, nicht Geschäft machen hier. Finsi, nicht Kacke machen, wir hatten das. Wir hatten das. Finsi, Finsi, guck mich nicht so an. Finsi, geh auf die Toilette. Finsi. Fluffy Fanboy? Na, wir haben Fluffy Fanboy geschlagen. Oh mein Gott, Fluffy Fanboy. Fluffy Fanboy. Fluffy Fanboy. Na, 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 na. Na, Fluffy Fanboy. Fluffy Fanboy ist noch da. Bro, zwei gegen drei. Ja, okay, alles klar, Digga. Ja, okay. Ja, sie hatten Finsi und Kata im Team. Kata, Kata, Kata und Finsi. Na, ich glaube, Fluffy Fanboy ist weg. Kata. Na, Fluffy Fanboy ist noch da. Uh, Fluffy Fanboy. Uh, Fluffy Fanboy. Wo ist Fluffy Fanboy? Fluffy Fanboy. Fluffy? Fluffy Fanboy. Fluffy Fanboy. Na, don't run from me. Bro. Oh, bist du gestorben? Ich bin richtig angehalten, aber jemand hat mich geschubst. Fluffy Fanboy? Nein. Wie so, Spoh, Ela oder so. Ah, Exe. Ja, ja. Der Exe-Typ. Panscher Chase ist shaking my head. Das war shaking my head? Na, Fluffy Fanboy. Na, ich werde mich betraut. Na. Scheiß Fluffy Fanboy, Alter. Nicht mal Schluss. Du hast noch nie eine Beziehung mit ihm gehabt. Oh mein Gott, er hat jäh geschrien. Oh mein Gott, ey. Nee, Kata, kannst du Fluffy Fanboy kicken? Hey. Yo. Du ******. Bro. Sulta. Ich hab' dich so outplayed. Das war ich schon. Ja, ich hab' dich so outplayed. Kannst du bitte FGS kicken? Ja. Nur Sultaan. Nur Sultaan? Bist du nur Sultaan? Bist du nur Sultaan? Oder bist du nur Sultaan? Bist du Sultaan? Oder bist du nur Sultaan? Kann, kann seine Hoheit sprechen? Kann seine Hoheit schreiben? Kann seine Hoheit Deutsch? Ist seine Hoheit ein Mensch? Oder nur Sultaan? Oder ist seine... Nur für Sultaan? Was? Bist du... Was? Si... Oh, du... F***! Oder auch 3 Millionen Dollar ist auch okay, nehm ich auch, ist auch kein Problem, ja, überhaupt kein Problem, nehm ich gerne. Dankeschön, Dankeschön. Naja, das ist hier richtig schön gestaltet. Ist zwar nicht mal Weihnachten, aber... Ja, lass mich raus, lass mich raus. Nochmal links, nochmal links. Ich war für rechts. Es wär links gewesen, Jonas. Es wär links gewesen. Ja, ihr habt einen Lady-Cutter-Pranking gesagt. Du flankst da, du. Was wetten wir, dass jetzt schon wieder 15 Albaner hier drin sind? Okay, ne.